ja den Eingang machen wir dahin dann kommen uns jetzt mal eine Fahrt an nun war Oiii! Nein! Okay. Okidoki ich denke mal dem wird das gefallen okay dann machen wir wieder hier den Weg um den machen jetzt mal den Ausgang machen wir den Ausgang machen also ganz normal das kann ich mal starten dann sind die gleich da ah ja genau genau noch nicht starten dann nenne ich den Bau Fahrzeuge, Wagen pro Zug 5 Anzahl der Züge ja machen wir das so oder machen wir ne machen wir 5 aber ne oder doch oder vielleicht oder wer weiß machen wir 2 und 2 Züge daraus genau so ok dann ähm ein ein Rundanzahl und dann ähm so und los geht's haben wir unsere erste Achtermann schon ok haben wir schon hier 127 hoch ah haben wir was liegt da jetzt Kotze oder was ja sieht so aus ähm kann man hier irgendwie Personal ähm Personal genau dann brauchen wir dann ein 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 Reinigungsdraft bestellen hallo wie geht's dir ja nicht so runter ne dann machst du sauber jetzt ne da schön ein Polizist auch noch und entertainer kannst auch noch ein ok 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 haben wir jetzt erstmal das hier haben wir dafür Finanzen 33 da haben wir 56 50 und hier kommen auch die ersten Gäste Leute so geht okay was baumer denn als nächstes hm vielleicht mal was zum trinken essen Speisen ok Döner da komm ich grad wieder Hunger hier n um von ihm einfach ein Bürger an die Leute da machen wir das so die Sonne weil das passt dazu zu dem Bufallok so zack offen machen wir mal alles rein machen wir mal alles rein so ok juhu juhu hier geht schon los das wird wahrscheinlich auch mal voller ja der entertainer läuft auch schon rum hm was gibt's denn da so oh ne lass mal erstmal hm ja dann bauen wir mal das hier oh großteil um das ganze mal hier hin eingang da ausgabe da ausgabe der weg wieder dahin zack zack o auf hier jahre aus Renten da hin zack, reingeht finanzen 2 Euro ein Euro ich habe es mit mir und der rennt da schon in die und der macht Projekt der Instellenten den Kotzen der Willen das ist nicht mehr die auch in diesem Fall einer Und da ist eine Schlange schon draußen. Hat der schon was gemacht? Nee, hat er nicht. Der kommt da auch Getränke. Ah ja, egal. Joa. 15 Euro schon. Okay, das fahren viele. Hier, die fahren auch ganz weit. Mal gucken, wie das so gewertet wird. Errungungsbewertung, Mittel. Egal, Heizbewertung, 13 Mittel. Oh, so, okay. Und das da? Geil. Hier, direkt hoch. Er soll jetzt mitten drin stehen oder wie? Ah, okay. Ah, ha. Okie-dokie. Okie-dokie. Okay. Okay. Okay.